Heute ne Musik, eh. Mir ist scheißegal, wenn man von den Linse kommt. Aber ich sollte speichern. Das ist die Frage, wie viel Schwerte hat der? Eins oder zwei? Wahrscheinlich zwei. Nein, Taktik. Genau wie Feuer. Look das. Rausweicher. Los und rumfuchteln. War nicht gut. Hallo, wie schaut denn aus? Der will mich heilen. Wahrscheinlich nicht. Ja, warte da noch mal. Oh, komm ich nicht auf. Ich hätte mich versteckt. Bleib stehen, du Hund. Ich Hund. Was weg da? Ich werde dich besiegen. Ich werde dich besiegen. Wenn ich ausweiche, dann trifft er mich nicht. Look das. Oh. Wasch doch. Oh. Look das. Ein paar kleine Hübe. Dann geht das schon. Oh. Beide, Kuppe. Ja gut. Der steht ganz schön, gell. Weißt du. Los und rumhauen. Da. 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 Natürlich nicht so. Das ist schlecht. Bleib stehen, du Hund. Moment. Geht schon. Schnee, Victor. Rechtsrum. Wow, wow, wow. Eine Knobbeangelegenheit. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Jawoll. Drei Treffer. Ein Kombo. Oh. Scheiße. Oh Gott, dieses Hirn. Wo ist er? Warte mal. Was ich da durchhauen? Was ist denn hier? Bei diesen ganzen Backs. Hättet er noch so viel Energie. Wollt er mal um. Aber ich glaub, der hätte nicht umsonst. Champion. Oh, oh, oh. Moment. Wollt er mal heilen. Wollt er flüchten. Wer eine feige Ratte. Bleib stehen, du Hund. Ich warte schon. Ich warte schon. Schnell weg da. Das gute ist, hier tut er nicht heilen. Ich warte mal, wenn ich den Bogen auspacke. Dann gilt das wohl eine Schiebung. War nicht schlecht. Blöder blöder Hund. Ein Hiebner. Jawohl. Alter. Mal zugeben. War eine harte Nuss. Aber. Er liegt im Dreck. Was hat er gesagt? Jetzt kommen noch diese Tempelkämpfer. Joli zwei. Bleib los nicht. Wahrscheinlich haben wir nur die zwei, hä? Ich hab bloß auf. Ich hab' ich kurz schon's. Hier in der Arena von Bakarisch wurde das Unmögliche verbracht. Mufasa, der Wilde, wurde besiegt. Hier steht der Sieger. Und er ist gekommen, um sein Gold abzuholen. Natürlich. Sieger über Mufasa. Ich sagte dir doch, ich mache dich reich. So. Was ist jetzt mit den Tempelkämpfern? Das sind nicht nur irgendwelche Kämpfer. Nein. Der eine war der Torwächter von Ishtar. Und der andere hat überall in der Wüste Nomaden gejagt. Beide haben sich den Job in Bakarisch verdient. Und mehr Männer umgehauen als alle Barbaren zusammen. Schon gut. Du weißt, was ich will. Her mit den Tempelkämpfern. So sei es. Der Kampf um die Krone soll beginnen. Unsterblicher Ruhm für den Sieger. Den Mund voll Sand für den Verlierer. Viel Glück, Kämpfer. Ich bin sehr gespannt, wie lange du das durchfällst. Der Kampf um den Titel. Oh Gott. Und es kommen alle zwei, sagt er es. Habe ich recht gehabt. Scheiße. Wie mache ich denn das? Ich befürchte. Da werde ich scheitern. Und alle zwei haben zwei Schwerter, oder? Oh Gott. Ich schaue ihn hier. Warte mal. Schrecken. Warum nicht? Warum geht das nicht? Ja, kann ich mich nicht verzaubern? Nein. Das geht nicht. Oh Gott. Heute bist du beschissen. Meteor. Das Lammenschwert. Ich werde dich besiegen. Oh Gott, er hat mich vergiftet. Dieses Rindvieh. Bleib stehen, du Hund. Ja gut. Muss ich aufgeben. Da habe ich natürlich keine Chance mehr, gell? Wenn ich vergiftet bin. Wie schaut es dann aus, wenn ich mit einem Bogen kämpfe? Wahrscheinlich schlecht, oder? Ich werde dich besiegen. Oder geht das? Die Missert. Irgendwo darf ich kommen. Wie komme ich da rauf? Verstehen, du Hund. Scheiße, drüber. Na gut. Ich befürchte, wird ein bisschen lästig. Ich muss so besiegen. Das wird allerdings dauern. Ich befürchte, es wird sehr lange dauern. Ich befürchte, ich habe gleich fünf mehr viel. Ich bin nicht mehr viel. Scheiße. Ich befürchte. Das war ein Treffer. Aber. Die kann ich nicht mehr heilen. Wer ist der Junge? das bleibt stehen du hund aber alter knapp daneben sag mal freunde eine kleine pause so gnädig sind sie nicht in Bewegung bleiben war nix es war ein treffer der bogen zählt der bricht beim bogen ab aber geht scheinbar feuerpfeile ja gut scheiße ok das sollte mit dem bogen funktionieren aber ich muss das ein bisschen geschickt ausstellen jetzt nehme ich die kopfnuss oder feuerpfeil schmetterschaden 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 da geht der bogen ich werde dich besiegen da liegt schon deckung bleib stehen du hund ja wartet einmal warte ich da warten ich will sie die typen auf die stunts halten damit ich den bogen spannen kann damit ich den bogen spannen kann ich das oh gott lauf blöd die idee wenn er vor der nosen ist da können wir die gaffe das ist das problem weil wenn er dumm steht hat er aufschießen jawohl wo ist er hinter mir er vor mir das ist eine ärgerei mit diesen zwei vollidioten nein lauf zu er kämpft und sticht mir ab bleib stehen du hund ich hund jawohl zwei treffer im zweikampf bin ich ja nur da liegen vor allem weil sie zwarte sind ich bin ja weg da ich bin ja sportlich wo sind sie was da sind sie also er versteckt sich er wollte mich austricksen also mal hinter mir das publikum wird jetzt erst ein Teil länger wenn die länger lauter vollidioten unterwegs laufen da unten im kreis bleib stehen du hund der eine ist was kaputt oh Gott was tue ich da kann ich im kreis rennen jawohl mit denen die schnauze geschossen oh Gott zwei habe ich abgekriegt war also übereifrig sehr schön sehr schön den habe ich fast umgebracht ja da rennvieh alter der hätte mich fast umgebracht einer liegt jetzt ist er fällig jawohl ich sag das ja warte mal tut da deine finger weg da ha alter was für eine ärgerei aber ich habe es geschafft das ist die Hauptsache ich hätte damit die Herrschaft mit dem Schwert nicht geschafft nicht bei diesem Kampfsystem wir sind das ermählte Volk für uns ok bumm jetzt zu da ist der Champion der Champion aus Bayern ich bin sprachlos oh Champion von Baccaric das ist ja mal was Neues du bist wahrlich ein großer Gladiator Ehre und Ruhm dem neuen Champion der neue Champion der beschissen hat aber wurscht